Hallo meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Five Nights at Freddy's. Ja, wir sind immer noch bei den, ja, der Ladestation, also hier der, ihr wisst schon. Und, ähm, ja. Stab, okay, bist du verloren? Ich bin nicht verloren. Du bist verloren. Ich hab ein ungutes Gefühl, dass sie gleich hier durchkommt. Oh, das ist doch wie ein... Das ist doch... Nein. Das sah aus wie eine Falle. Okay. Frage. Gehst du zur Belegschaftsfeier? Ich möchte nach meiner 14-Stunden-Schicht eigentlich nicht mehr bleiben. Aber ich will auch nicht gefeuert werden, weil ich nicht gekommen bin. Was ist das denn für eine scheiß Firma, wenn du nicht mal... Wenn du schon zu... Okay, das ist gut, die ist jetzt da hingegangen. Irgendwas... Komm, 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 komm. Ein Stern-Shirt. Geil. Ach du Scheiße. Okay. Sie kommt hier gleich wieder her, also beeile ich mich jetzt mal eben. Ich hoffe nur, dass es jetzt kein Kreis, der nie läuft, sondern... Okay, da hinten kann man speichern. Hier ist irgendwie so ein Lagerraum. Was gibt's hier? Ein altes Poster. Na wunderbar, das hänge ich mir gleich irgendwo auf. Oh nein, na die sind doch bestimmt schlecht. Ist das normal, dass sie so verbuggt rumkurven hier? Ah! Was war das denn für ein Move? Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ah. Okay. Ich hätte keiner gesehen. Ah! Deine Mutter ist off limits. Oh nein. Oh nein. Oh fuck. Oh scheiße, 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 scheiße. Ah! Das hat ja wunderbar angefangen. Das macht Spaß. Okay. Die ganzen Duschen mal eben absuchen, dass wir auch nichts vergessen oder übersehen haben. Hier holen wir uns auf jeden Fall mal eben die Tasche. So. Da war auch ein Geschenk hier, ne? Irgendwo hier? Hier war doch ein Geschenk. War hier nicht ein Geschenk? Ich bin ziemlich sicher, dass es hier ein Geschenk gab. Ich bin ziemlich sicher, dass es hier ein Geschenk gab. Okay. Warum? Die hat uns wohl gesehen, wa? Oder dass diese, die Patterns sind doch ein bisschen random, randomer als ich dachte. Das ist ein Geschenk gab. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Jetzt habe ich bestimmt was übersehen, ne? Oh nein. Nein, 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 nein. Wow. Toll. So, gab's jetzt noch ein Geschenk da? Das nehme ich nochmal eben schnell. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie mir diesmal nicht folgt. Bitte? Ich möchte nur das Geschenk. Dann gehe ich wieder weg. So, wo ging's jetzt hier lang? Da. Ach, du Kacke. Wow. Ah. Ich bin noch gar nicht hier. Oh. Du hast mich nicht gesehen. 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 Und der Sicherheitsstab kann helfen. Alter. Du siehst mich nicht, denn ich bin unsichtbar. Wie ein Ninja. In der Wäscherei. Nein, nein. Warum schlägt der denn die ganze Zeit aus da? Was machen die denn da? Was ist denn geil? Was machen die denn da? Wenn die damit auch wieder auf... Ach du Scheiße. Was machen die denn da? Die machen mich fertig. Sie läuft jetzt darum. Ach so, ich bin hier. Okay. Und wo müssen wir hin? Okay. Sie ist jetzt hier. Kann sie da nicht auch wieder weggehen? Ah, jetzt guckt die auch noch in die Bottiche. Ah, da ist sie ja. Nein, lass mich durch. Hier, 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 hier. Nein. Oh, hier. Ja, ja, ja. Das ist mir jetzt mal egal. Bitte sagt mir, dass sie mich hier nicht kriegt. Oh, okay. Okay. Out of my way. Gotcha. Okay. Das, was, 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 hallo? Where am I? Look at all this stuff. Freddy, Freddy, are you there? I'm trapped. I'll bet you think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, you are going to wait right there and lost and found until your parents or the police arrive. Are you having fun yet? Was war das? Okay. Ähm. Was passiert hier? Wa? 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 Äh. Äh. Geht der wieder weg? Oh, der kommt ja rein! Okay. Fange ich jetzt wieder da an? Nein, nein, nein. Bitte nicht, ich darf ganz vorne. Ich fange wieder. Wo bin ich? Oh. Ein Glück. Oh. Freddy? Freddy, are you there? Nicht yet. Okay, pass mal auf, jetzt sammle ich erst mal dieses Geschenk ein, das habe ich gerade noch gesehen. Ein Schraubenzieher. Pass mal auf, folgendes. Ja, war klar. Ja, ja, ich bin ja schon raus. Ei, 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 ei. Die kriegt mich doch hier nicht, ne? Okay. 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 Wo muss ich jetzt hin? Ah, du kacke. W leuke kali. Oh, nee, 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 nee. You having fun yet? Are you having fun yet? Also eigentlich habe ich immer weniger Fun. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich bin noch im Atrium. 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 Achso. Freddy, hilf! Die Rabbid-Ladies haben mich gefunden. Okay, das kriege ich dann. Du 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 du. Okay. Kann ich hier irgendwo speichern ohne gleich drauf zu gehen? Ich würde gerne speichern ohne zu sterben bitte. Einmal bitte... Ach du scheiße, was macht die denn hier jetzt? Nein! Ah! Das war doch klar. Doch! Kann ich, kann ich, kann ich! Nein! Nein! Ach du scheiße, die riecht! Oh nein! Die kommt doch gleich hier rein! Nun geh schon weg! Oh, scheiße! Ach du scheiße, ich guck nach! Ich bete, dass du nicht mehr hast, Freunde! Da habe ich! Oh! Toll! Wie war das nochmal mit Speichern ohne ähm... Ja, sehr sehr schön. Wenigstens weiß ich jetzt wo ich hin muss. So, das heißt Roxy. The Wolf Girl ist hier in The Run. Das ist nicht so gut für mich. So. Ja klar, habe ich das. So, komme ich da jetzt an den vorbei ohne das ähhh... Nein! Niemand wird mich. Du denkst du, du bist besser zu sehen? Sie hat mich nicht gesehen, sie hat mich nicht gesehen, sie hat mich nicht gesehen, sie hat mich nicht gesehen. Geh weg, kleiner Kugel. Ach du scheiße! Bitte nicht! Du bist nicht Angst. Niemand wird gebrochen! Oh Mann, 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 oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ohh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das war jetzt Glück, dass der jetzt in die andere Richtung gedreht ist. So, pass auf, jetzt speichern wir erstmal mal eben schnell. Das ist mir jetzt ein bisschen ne-ja. Siehst du? Die ist jetzt da hinten. Gut. So, Roxy Raceway. Gibt es da noch irgendwas interessantes? Irgendso ein Geschenk? Irgendwas? Irgendwas schönes? Doch, ich kann mich ewig verstecken. Pass mal auf, das geht gut. Was ist hier denn los? Eine Tasche. Ich habe die jetzt alle nicht gelesen, ne? Müllpresse, wissen wir schon. Frage. Es passiert schon wieder. Warum habt ihr wieder eröffnet? Keiner hat vergessen, was mit diesen Kindern passiert ist. Okay. Scheiße auf die paar Kinder. Kann man neue machen. Das ist Phaserblast. Missionen. Kistenplätze, Graceway, Unterlobby. Wo ist denn Graceway überhaupt? Ach, ich glaube, ich war vorhin schon richtig. Wow. Wie soll man denn darauf kommen? Ich bin gar nicht hier. Okay. Schön. Oder? Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Hier irgendwo hoch? Nee. Wo soll ich denn? Wie soll ich denn? Warum soll ich denn? Nee, hier bin ich auch falsch. Ich dachte, ich wäre richtig. Wow. Als ob das jetzt wirklich eine Tür ist, die... Oh, okay. Bei der anderen habe ich doch geguckt. Da ist ein Geschenk. Ein Geschenk. Ein Roxy-Ballon. Na, wunderbar. Der Fakt, dass man sich hier verstecken kann, das ist schon wieder nicht so geil. Geh mal weg da, du. Hier hinten können wir noch lang. Hm? Was? Achso, hier die Tür. Okay. Jetzt habe ich ja bestimmt viel übersprungen da, ne? Gibt es da noch irgendwas? Irgendeine Kiste? Ein Geschenk? Irgendwas der Art? Sieht nicht so aus. Ne, okay. Hätte ja sein können, dass da noch was liegt. Aber das sieht alles aus, als wäre hier nichts. Gut. Hier kommen wir schon mal nirgendwo lang. Hier muss ja irgendwo jetzt ein Kistenstapel sein. Aber wo? Wo? Oder war ich da gerade schon richtig? Jedenfalls nicht. Hier? Ah, okay. Das muss man auch erst mal finden. Guckt man hier noch lang? Dann kurz gucken. Ist hier irgendwas? Irgendwas? Irgendwie was? Ne. Gar nichts. Nix. Oh, Freddy! Er ist hingefallen. Oh, ein Betonmischer. Oh, 50 Kilogramm. Konkret. 50 Kilo Säcke Beton. Die gibt's noch. In this America, ne? Freddy. Freddy. Are you okay? There you are. I was so worried. I waited and waited for you. I missed the hourly charge. And I've been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me get to parts and service. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way I know how. Use that door behind me. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Look for a backstage pass, then. Find a way to turn on the lift. Good luck, Superstar. Entering Rest Mode. Okay. I'll do my best. Okay, good. Jetzt sind wir wieder auf uns alleine gestellt. Der Typ, der macht mich fertig, der Typ. Ähm. Oh. Ja, ist ja gut. Ich lade die ja gleich auf. Meine Güte. Eine Roxy-Eiscree. Ach du Scheiße. Ich hätte die doch mal eher aufladen sollen. So, wir sind aber aus, so allmählich sind wir ein bisschen, äh, mit der Zeit, äh, ja. Das, ähm. Ich guck nochmal eben ganz kurz, ist hier noch irgendwas interessantes? Kann ich auch eigentlich auch in der nächsten Folge machen. So oder so. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich speichere mal eben ganz kurz. Und dann soll es das wieder gewesen sein für diese Folge. So. Und das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt dran, ich habe einen Discord-Server. Da könnt ihr gerne joinen. Und ansonsten, ähm, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.